Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Stier ist ein domestiziertes Großsäugetier aus der Familie der Boviden, dessen Vorfahre der europäische Auerochse ist. Die ersten Belege für die Domestizierung dieses Tieres stammen aus Mesopotamien und sind etwa 8000 Jahre alt. Eine systematische Zucht begann erst Ende des 18. Jahrhunderts. Weibliche Tiere werden als Kühe bezeichnet, während männliche Tiere als Bullen, Ochsen oder Stiere bekannt sind. Innerhalb der domestizierten Rinderarten gibt es verschiedene Typen, einschließlich solcher, die für die Milch, Fleischproduktion oder als Arbeitstiere gezüchtet werden. Stiere können eine Körperlänge von 100 bis 230 cm erreichen und wiegen zwischen 400 und 1000 kg. Ihre Lebenserwartung liegt bei etwa 25 Jahren. Die Färbung des Rindwies variiert und umfasst Schattierungen wie Fon, Schwarz, Rot, Kaffeebraun, Weiß und Gescheckt. Milchkühe zeichnen sich durch eine ausgeprägte Hinterkörperentwicklung und ein großes Euter mit Zitzen, zwei Paare, aus. Stiere ernähren sich hauptsächlich von Gras, Heu und Getreide sowie anderen Nahrungsquellen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der menschlichen Ernährungskette, da sie sowohl als Fleischquelle dienen als auch zur Produktion von Milch und Milchprodukten beitragen. Prädatoren, die in der Natur auf Rinderjagd gehen, sind in modernen landwirtschaftlichen Umgebungen selten, aber in einigen Teilen der Welt können große Raubtiere wie Wölfe oder Pumasjunge oder geschwächte Tiere bedrohen. Stiere finden sich hauptsächlich in menschlichen Siedlungen wie Ställen, auf Feldern und Weiden. Sie sind überall auf der Welt außer in der Antarktis verbreitet. Ihre Haltung ist eng mit landwirtschaftlichen Praktiken verbunden und sie leben in einer Vielzahl von Klimazonen und Umgebungen. Die Zucht und Pflege von Stieren und anderen Rindern ist ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft und spielt eine wichtige Rolle in der menschlichen Gesellschaft und Wirtschaft. Zucht und Pflege von Stgrownünden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020